Corona hat die Digitalisierung befeuert wie wenig zuvor. Staatliche Institutionen wollen digitalisieren, private Unternehmen und ganze Branchen wie zum Beispiel der Gesundheitssektor müssen sich neu erfinden. Dazu erwarte ich mir heute interessante Erkenntnisse von wirklichen Experten, nämlich Aperto, einer Digitalagentur, die schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt ist. Beim Medianet Fireside Chat zum Thema Changes and Chances, wie die Digitalisierung ganze Branchen verändert. Mein Name ist Philipp Reinhardt und bevor ich mich auf meine beiden Gäste gleich freue, freue ich mich auf Nadja Pahl. Nadja Pahl ist beim Medianet und verantwortlich für Startups und Agenturen. Nadja, was verbirgt sich denn hinter diesem Fireside Chat? Wieso veranstaltet ihr dieses Format? Also zuallererst mal, wir sind ja ein Unternehmensnetzwerk für die Medien- und Digitalbranche. Und was wir natürlich so als Hauptaugenmerk machen, sind die Mitglieder miteinander zu verbinden, innerhalb des Netzwerkes und außerhalb. Und aufgrund der bekannten Umstände können wir das natürlich seit Frühjahr nicht mehr so tun, wie wir das in gewohnter Weise eigentlich machen. Und deswegen haben wir uns im Frühjahr dieses Format überlegt, um den Unternehmen einfach eine Präsenz zu bieten und auch Themen und Inhalte abzubilden. Genau. Und wieso habt ihr dann ausgerechnet Aperto gewählt? Das ist ein so Funfact, weil wir im Vorgespräch darauf gekommen sind, dass Aperto 25 Jahre alt wird in diesem Jahr. Und das Medianet wird im nächsten Jahr 20 Jahre alt auch. Und wir wurden 2001 gegründet. Und dann bin ich darauf gekommen, okay Aperto, seit wann sind die eigentlich Mitglied? Und tatsächlich sind die 2001 Mitglied geworden, genau in dem Jahr, als wir gegründet wurden. Und das heißt, sie sind aktuell das viertälteste Mitglied in unserer Mitgliederliste. Und das finde ich schon bemerkenswert, ist aber natürlich nicht der einzige Grund, warum wir sie heute eingeladen haben. Sondern wahrscheinlich auch, weil das Thema spannend ist. Wieso? Was lag da für euch auf der Hand, wieso ihr Digitalisierung nehmen musstet? Generell ist das natürlich ein Thema, was die Gesellschaft und die Wirtschaft gleichermaßen beschäftigt, gerade in diesen Zeiten. Und dadurch, dass wir so eine Branche und Breite haben von Film, TV, Start-ups, Agenturen, Musik, ist das ein Thema, was ein sehr großer Nenner, also der größte gemeinsame Nenner für alle Unternehmen ist. Und deswegen finden wir das spannend. Und hinzu kommt natürlich bei Aperto, dass sie in einem Bereich Digitalisierung betreiben, nämlich im Bereich Gesundheitswirtschaft, der von starken Regulierungen betroffen ist. Das heißt, sie haben sich dort in den letzten Jahren sehr gute Expertise und Erfahrung aufgebaut. Und das ist einfach sehr spannend und ich hoffe, mir interessante Einblicke von Katina und Kai. Dann wollen wir jetzt mal genauer schauen, was Aperto eigentlich macht und schauen uns dazu einen kurzen Film an, der die tägliche Arbeit von Aperto vorstellt. Und dann können wir jetzt mal an, der das auditorium Themeatr ist sehr wichtig. Also, wenn wir jetzt an, der die Lieblings-Aperto vorstellt, müssen wir nachher wissen, dass es ein Thema geht. Und dann können wir uns noch mehr, wenn wir auch an, der die Lieblings-Aperto vorstellt haben. Und dann können wir uns auch an, der die Lichter-Aperto vorstellt haben. Und dann können wir uns jetzt mal ein bisschen zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. 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 zu bringen und zu professionalisieren. Nächste Breakpunkte waren natürlich Finanzkrise hatten wir, dann hatten wir Großkunden, die wir verloren haben. Wir sind danach eigentlich immer rausgegangen mit natürlichen entsprechenden Delle, immer stärker aus diesen Krisen rausgegangen und das ist auch das, was uns jetzt gerade natürlich beschäftigt. Was macht das jetzt gerade mit uns? Und nicht ganz unbewusst haben wir natürlich auch das Gesundheitsthema heute hier mitgebracht, weil ich glaube, es sind Riesenchancen in großen, wichtigen Bereichen, die vor uns liegen und mein Gefühl ist, wir kratzen noch in der Oberfläche mit dem, was da noch kommt. Also wenn ich gucke, was im Bereich öffentlicher Hand, Gesundheit, Mobilität, auch Umwelt, was wir da alles leisten können, auch als Digitalbranche, nicht nur wir als Aperto, das ist enorm und da fangen wir meiner Meinung nach wirklich erst an. Um noch mal kurz auf den Weg von Aperto zurückzukommen, es gab dann ja 2016 ein einschneidendes Ereignis, weil ihr da von IBM gekauft wurdet. Wie kam es dazu, was waren die Gründe dafür, mit diesem Partner zusammenzugehen? Ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen. Also 2016 mit IBM, das ist eigentlich der Endpunkt einer ganzen Entwicklung. Und die Entwicklung war, wir sind so stark gewachsen, wir waren teilweise 450 Leute. Wir hatten Standorte in Peking, in Saigon, in Dubai, haben angefangen nach Amerika zu gehen und irgendwann haben wir uns da mal zurückgesetzt und haben wirklich mal durchgeatmet und haben gesagt, schaffen wir das noch als Inhaber geführte Agentur. Wächst uns das hier langsam über den Kopf? Sind wir groß genug oder brauchen wir einen starken Partner, um in Zukunft, gerade die Themen, die da in Zukunft so auf uns zurauschen, überhaupt unseren Kunden anbieten zu können? Langer Auswahlprozess, viele Möglichkeiten. Letztendlich haben wir uns für einen Partner entschieden, der Technologie vor allem mitbringt. Das war uns ganz wichtig. Technologisches Background hat, ein sehr starkes. Zweite ist, Experten hat ohne Ende, also wenn man für ein ganz skurriles Thema, ich sag mal, Blockchain in der Pharmaindustrie, du findest bei IBM sofort jemanden. Und das dritte ist Kundenzugang. Das war uns enorm wichtig, Kundenzugang zu kriegen für größere Projekte, anspruchsvolle Projekte und irgendeiner Stelle dann auch für so eine große Mannschaft, für so eine große Firma, wie wir sie waren, dann auch eine gewisse klare Sicherheit und Perspektive zu haben. Das heißt, so wie du es beschreibst, seid ihr auf IBM zugegangen und nicht umgekehrt, sondern ihr habt geguckt. Okay. Und ist es in eurem Bereich nicht ungewöhnlich, so einen technologiefokussierten Partner reinzuholen? Im Vergleich zu anderen Agenturen schließen sich ja eher in Netzwerken zu haben. Ja, das war natürlich auch eine Option. Ich finde, dass wir die vier smartere Optionen gewählt haben. Sie ist auch nicht so exotisch. Ich glaube, wir waren so einer der Ersten vielleicht, aber so exotisch ist sie auch nicht. Es gibt Konkurrenten, die sind nicht bei IBM, sondern die sind bei Accenture mittlerweile, einen anderen großen Systemintegrator gelandet. Das ist, finde ich, durchaus eine gewisse Logik auch aus unserer Branche heraus. Der andere Weg sind natürlich die klassischen Werbeagenturen, Netzwerke. Ich glaube, unsere Entscheidung war zukunftsgerichteter. Und würdest du denn sagen, dass dieses Zusammengehen mit IBM irgendwo auch Nachteile hatte? Ich meine, du hast gerade von dieser unternehmerischen Freiheit gesprochen, in vielen Sachen, die ihr einfach mal machen konntet. Mobile zu einer Zeit, wo Mobile nicht groß war. Habt ihr jetzt gerade so als Geschäftsführer irgendwie den Eindruck, dass euch da auch teilweise die Hände mehr gebunden sind mit so einem großen Partner an Bord? Ja, natürlich können wir nicht mehr machen, was wir wollen. Das ist klar. Wir haben die Firma in gute Hände gegeben, sind dort aber auch in bestimmte Regularien gebunden. Das ist völlig klar im Bereich Finanzen, Legal, Compliance und so weiter. Das ist völlig klar und glaube ich auch für jeden nachvollziehbar. Andererseits ganz wichtig, wir sind weiterhin aperto, nicht nur von der Marke. Wir sind eine eigenständige, Firma. Wir haben sehr hohe Freiheitsgrade, die uns IBM da auch lässt. Und das ist ganz wichtig, das war von Anfang auch Teil der Absprache, um Kultur, um Agenturkultur auch zu erhalten und zu behalten. Das war uns extrem wichtig. Das hat gut funktioniert. Und letztendlich muss ich sagen, wir nehmen die guten Sachen natürlich, die so ein Netzwerk bietet mit, haben aber auch die guten Sachen erhalten können, die natürlich so eine Agentur mit sich bringt. Kathina, ist denn das Vorurteil korrekt, dass ich annehmen würde, dass man als Digitalagentur 2020 eher ein gutes Jahr hatte, ein gutes Geschäftsjahr hatte? Ja und nein. Also wenn man Kunden im öffentlichen Bereich hatte, war das Problem häufig, dass wir zwar sehr früh in der Lage waren, ins Homeoffice zu gehen, aber die Kunden nicht. Das heißt, das gab Abteilungen teilweise bei den Kunden, wo es genau ein Laptop gab für 40 Mitarbeiter. Das heißt, der erste Schritt, den wir zu tun hatten, war erst mal zu gucken, wo können wir unseren Kunden helfen, in diese Remote-Arbeitssituation überhaupt reinzufinden und in der Lage zu sein, mit uns überhaupt die Dinge fortzusetzen, die wir angefangen hatten. Und als das, also die Firmen, die dazu in der Lage waren, ja, da wurde natürlich auch erst mal geguckt, was brauchen wir jetzt? Erst mal auch diese verschreckte Situation, was bedeutet das für uns? Und dann aber haben wir schon gemerkt, dass so ab Mitte des Jahres tatsächlich wieder mehr und mehr die normalen Arbeitsstränge aufgegriffen wurden, Projekte fortgeführt wurden, Wettbewerbe ausgeschrieben wurden. Und natürlich also in dem Bereich, wo ich auch viel unterwegs bin, im Gesundheitsbereich, war das natürlich ein bisschen, muss man auch sagen, Eldorado, weil viele Argumente, viele Diskussionen, viele Überzeugungskraft, die man leisten musste, zu sagen, warum denn digitalisieren, hat sich so ein bisschen erledigt. Und ich glaube, es hat jeder verstanden, warum es toll ist, auch jemanden, einen Arzt mal remote zu konsultieren und nicht immer vor Ort in die Praxis gehen zu müssen. Und dass das Papierrezept durch die Gegend zu tragen, jetzt auch nicht mehr unbedingt state of the art ist. Ja, das ist interessant, was du sagst. Ich wollte sowieso jetzt ein bisschen allgemeiner noch über das Thema Digitalisierung sprechen. Kurz nochmal der Reminder an die Zuschauer zu Hause. Wenn ihr auch hier einsteigen wollt mit euren Fragen, dann gerne kommentieren. In den letzten zehn Minuten unseres Gesprächs werden wir auch diese Fragen dann hier noch in unseren Talk integrieren. Aber nochmal kurz zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Als ich meine erste Firma 2013 gegründet habe, haben wir das in Estland gemacht, in Tallinn. Und da haben wir, glaube ich, morgens uns den Namen ausgedacht, sind mittags hingegangen, haben das angemeldet und abends konnten wir quasi den Betrieb starten. Von hier, oder? Fast. Damals, wir waren vor Ort, aber das hätte auch... Kurz danach sogar von hier möglich. Ja, ja, gut. Ne, wir waren tatsächlich eine Zeit lang vor Ort. Aber der Unterschied von, wie das in Deutschland abläuft zu solchen Ländern, ist halt sehr, sehr groß. Und ich frage mich immer, woran liegt das? Also einerseits kann man immer sagen, wir sind ein größerer Tanker hier, da dauert alles erstmal länger. Aber ist das darüber hinaus eher so eine Mindset-Frage, so wie das gerade anklang bei dem, was du gesagt hast? Oder liegt es daran, dass hier die Regulatorien so streng sind? Wieso sind in Deutschland so viele Bereiche noch nicht so digitalisiert, wie man sich eigentlich vorstellen könnte, wie das sein könnte? Also ich glaube, es ist stark reguliert, was ich aber auch gut finde. Also ich meine, es schützt uns auch. Ich finde das gar nicht verkehrt, dass es reguliert ist. Man muss eben die Balance finden zwischen Möglichkeiten abwürgen, also Chancen eben auch verhindern, aber eben trotzdem da auch mit einer Bedächtigkeit ranzugehen. Also das schon die richtigen Dinge zu tun. Und nicht umsonst gibt es in Kalifornien, hat quasi die Regulatorik von Deutschland übernommen, weil es einfach einen guten Datenschutz hier gibt. Das finde ich auch wichtig, vor allen Dingen im Bereich. Man muss aber die Freiräume schaffen, wo man experimentieren kann. Und man muss Dinge auch ausprobieren können. Und ich glaube, wenn man die Balance hinkriegt, ist das gut. Und da ist es natürlich wichtig, dass man nicht den Fehler macht. Und das, glaube ich, ist in Deutschland viel passiert, dass so, ich sage immer, dass das Missverständnis der Digitalisierung ist. Es wurde elektronisiert. Also viele, hier sind auch, gerade im öffentlichen Dienst, ist vieles so an Prozessen orientiert oder an Abläufen und weniger, um quasi die Bedürfnisse der einzelnen Bürger oder so drumherum gedacht. Und da haben tatsächlich unsere Nachbarländer, so wenn man jetzt nach Holland guckt, zum Beispiel viel früher mit angefangen, auch so ein wirklich bedürfniszentrierte, nutzerzentrierte Szenarien zu entwickeln. Auch gemeinsam, so was, dann schimpft sich Neudeutsch Co-Creation. Also wirklich auch alle möglichen Parteien beteiligen. Das hat hier ein bisschen länger gedauert, wird jetzt aber tatsächlich auch flächendeckend überall angegangen. Und deswegen häufig erst diese linearen Prozesse elektronisch abgebildet und den wirklichen Benefit und Vorteil, den digital kann, manchmal noch nicht so richtig gehoben, den Schatz. Aber ich glaube, es kommt. Kai, wie siehst du das, wenn du mal so aus der Metap, wenn du abends im Bett liegst und überlegst, so wie eure Projekte alle aussehen, hast du insgesamt einfach ein gutes Gefühl und denkst so, ja, das geht schon langsam voran, das dauert ein bisschen. Oder denkst du dir manchmal so, boah, wenn jetzt du, der du die Prozesse quasi besser kennst, weil du in den Projekten irgendwie drin bist, Einblicke hast, denkst du dir so, oje, was da alles schiefläuft, wir sind weit hinten dran. Ach, was ich da immer denke, mal denke ich so, mal denke ich so. Ich finde, es macht auch keinen Sinn, da mal so zurückzugucken, sondern ich glaube, dass im Moment gerade so ein Verständnis und so ein Druck entsteht auf das Thema Digitalisierung aus verschiedensten Gründen. Wir erleben das tagtäglich. Heute Morgen wieder mit meinen Kindern darüber geredet, was ist mit Homeschooling? Das Themen, die schlafen schon ewig, die kriegen jetzt einfach durch die Umstände, die wir gerade haben, kriegen die einen enorm hohen Druck. Und ich will jetzt nicht wieder mit, ich glaube, über Corona ist schon sehr viel gesagt und fast alles gesagt. Es gibt aber auch andere Entwicklungen, weil wir gerade auch bei der öffentlichen Hand waren, bei der Gründung von Unternehmen und so weiter. In 2030 werden wir nur noch die Hälfte der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und bei den Beamten haben, wie heute im Vergleich. Was passiert bis dahin? Was können wir denn tun bis dahin? Und die Frage ist gar nicht, wollen wir es machen, sondern der Druck wird so hoch, dass ich wirklich davon felsenfest überzeugt bin, dass die nächsten Jahre, selbst in Branchen, wo man es nicht gedacht hätte, in der öffentlichen Hand, im Gesundheitswesen, und da werden wir später noch drauf kommen, wird so ein hoher Druck entstehen, dass die Digitalisierung da dramatisch vorangeht. Und solche Themen wie Digitalisierung vom Katasteramt mit Blockchain-Technologien und so weiter, das ist so offensichtlich. Die baltischen Staaten machen das vor. In Schweden gibt es da schon tolle Projekte. Wir werden da nachziehen. Sind wir schon da? Nein. Ich glaube, der Druck wird gerade so hoch durch die Umstände. Und nicht nur kurzfristig, sondern das hört auch nicht mit dem Impfstoff aus, sondern es gibt demografische Entwicklungen, es gibt Entwicklungen am Arbeitsmarkt und so weiter, die Digitalisierung wird dramatisch voranstreiten. Und ich muss Katina nochmal beipflichten, auch die ganze Diskussion, ist es in Deutschland so doll überreguliert? Ich glaube, viele Sachen sind vielleicht überreguliert, aber alles, wenn wir über Sicherheit von persönlichen Daten und so weiter reden, das ist enorm wichtig für die Akzeptanz dann auch von den Dingen, die wir da tun, in Zukunft tun und in dem Umfang, wie wir sie auch tun möchten. Thema Gesundheitsdaten, hochsensibles Thema, Bürgerdaten und so weiter. Und manchmal hat man mehr Freiheit gerade, als man denkt. Es ist halt die Frage, wie kommuniziert man und wie bindet man einfach die Personen mit ein? Also wenn man den Nutzer fragt, darf ich das? Dann darf man hier ziemlich alles. Gibt es denn bestimmte Branchen, wo ihr sagt, die gehen vorneweg bei der Digitalisierung und andere pennen? Also wir hatten jetzt gerade schon öffentliche Hand, aber kann man sonst auch Unterschiede machen zwischen den Branchen, wo ihr sagt, die sind eher im vorderen Bereich und welche die hinken hinterher? Also ich würde mal sagen, es gibt ja Branchen, die sind per se prädestiniert für Digitalisierung. Digital Branche. Digital Branche, wir sind ja so die Schaufelhersteller dafür, wir auch, aber wenn ich ein digitales Produkt habe, bin ich per se prädestiniert dafür. Was sind Banken? Was sind Versicherungen? Das ist ein bisschen, ich sage mal, ich verkürze es mal ein bisschen, das ist IT plus Mathematik. So und das eignet sich natürlich perfekt zur Digitalisierung und zwar von vorne bis hinten mit allen Kanälen, die man direkt zum Kunden auch hat. Handel ist, glaube ich, auch völlig klar. Wo tut man sich noch ein bisschen schwer? Ich will gar nicht auf die öffentliche Hand da wieder kommen, weil ich glaube, da passiert gerade eine ganze Menge. Das BMG geht da massiv vorneweg, aber auch im Bereich der Rente und so weiter wird da viel kommen in nächster Zeit. Vielleicht auch noch die klassische Industrie, die klassische deutsche Industrie, der klassische deutsche Industriemittelstand. Ich glaube, da ist noch die meiste Luft, da ist Deutschland natürlich extrem stark. Das ist ein großer Sektor und ich glaube, als deutsche Nation können wir uns mit einem deutschen Industrialisierungsgrad, den wir da haben, noch mit einem Ticken mehr Digitalisierung wieder ganz nach vorne bringen. Wie baut ihr denn Widerstände ab, die bei den Kunden, also wahrscheinlich nicht diejenigen, die die Aufträge an euch geben, aber deren Mitarbeiter, die dann mit solchen Änderungen umgehen müssen? Ist es dann vor allem dieses Thema, alle an Bord holen, alle nach ihrer Meinung fragen oder wie würdest du sagen, schafft ihr es, Widerstände gegen Digitalisierung oder Digitalisierungsängste zu bekämpfen? Also ich habe nirgendwo so richtig Digitalisierungsängste erlebt. Das wird immer so behauptet, dass alle Angst haben, zu digitalisieren. Das irgendwie, wir gehen ja nicht hin und sagen, wir digitalisieren euch jetzt, sondern die kommen ja mit einem Anliegen. Also es gibt ja irgendwo einen Punkt, der nicht hinhaut oder wo man besser werden will oder wo es irgendwie stockt oder wo man irgendwie gegen die Konkurrenz sich durchsetzen will. Und dann gucken wir, okay, wie läuft es denn und wo hakt es denn und wie können wir euch helfen, damit es besser läuft? Also wie kann man die Leute, die in einer Firma arbeiten, in die Lage versetzen, besser ihren Job machen zu können oder gezielter oder effektiver oder also wie kann man eigentlich den Mitarbeitern helfen? Weil das, wenn sie besser arbeiten können, machen sie eben auch, kommt es einfach automatisch zu besseren Ergebnissen. Und deswegen glaube ich, haben wir nirgendwo erlebt, dass jemand sagt, das will ich nicht. Es kommt natürlich, jeder hat unterschiedliche Vorstellungen und deswegen ist es super wichtig, dass man wirklich auch alle mit einbezieht. Also das ist leider wirklich eher ein Problem in Firmen, die natürlich auch gerade große Firmen, die gewachsen sind. Es gibt verschiedene Abteilungen und jede Abteilung hat ihre Leitenden oder Abteilungsleiter. Jeder hat da so seine eigene Welt auch ein bisschen aufgebaut und da mal so über den eigenen Tellerrand zu springen und zu sagen, für eine gemeinsame Sache, zum Beispiel um einen besseren Kundenservice zu machen, müssen wir uns jetzt mal zusammentun und auch gemeinsam überlegen, wie es besser gehen kann, weil es ist ja nicht nur eine Abteilung beteiligt. Das ist eher das Schwierige, weil jeder so seine eigenen Vorstellungen hat oder der eine hat schon was gemacht und der andere noch nicht. Der möchte lieber bei dem bleiben, was er da kommt, damit klar. Und ich glaube, dieses gemeinsame Zusammenarbeiten ist fast mehr die Aufgabe oder die Hürde, als zu sagen, die wollen jetzt gar nichts ändern, finde ich. Wenn das also keine große Challenge für euch ist, diese Überzeugungsarbeit zu leisten, was sind denn andere Punkte in solchen Projekten, wo du sagen würdest, das ist wirklich unsere, da werden wir richtig gekitzelt. Da müssen wir richtig Gas geben, damit es klappt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so die Überzeugungsarbeit, dass miteinander mehr ist als jeder für sich. Ich glaube, das ist tatsächlich so mit der größte Punkt und natürlich auch, dass wir als Digitalagentur und dann wenn man als Designer und manchmal auch noch, wenn man als Frau ankommt, dann ist man halt immer die, die es schön und hübsch kann und wenig in den, wirklich in den Kernfragen, dem Urschleim, der der Firmen-DNA rumwühlt. Und dazu zeigen, dass das aber eine Möglichkeit ist, dass es im Endeffekt Problemlösungsstrategien sind und zu gucken irgendwie, okay, wie läuft etwas, wie kann man etwas neu arrangieren, wie kann man etwas umgestalten, auch irgendwie die grundsätzlichen Arten der Zusammenarbeit, die grundsätzlichen Prozesse, Produktionsabläufe, dass da auch Gestaltung helfen kann oder und auch die Gestaltung plus Technologie vor allen Dingen in der Kombination, dass diese Möglichkeiten, die die Technologie bietet, eben sinnvoll zusammengesetzt werden müssen entlang der entsprechenden gemeinsam vorhaben. Das ist, glaube ich, was man manchmal noch beweisen muss. Das heißt, wir gehen oft rein und machen in einem kleinen Schritt, an einer kleinen Stelle, wo es niemandem wehtut, zeigen wir mal, was das eigentlich bedeutet und dann ist es ganz, ganz schnell, dass wir oft reingezogen werden und könnt ihr nicht auch noch mal da gucken und wollt ihr nicht auch noch mal da. Wie lang sind denn so eure Projekte im Schnitt? Wahrscheinlich große Spannbreite, aber ungefähr, also es klingt jetzt nicht so, als wärt ihr mal irgendwo einen Monat nur oder gibt es das auch? Gibt es auch auf den Monat und dann nach zwei Jahren dann für immer so ein Gefühl. Nee, Spaß beiseite. Also es gibt eben häufig diese kurzen Begegnungen manchmal, wo man erst, wie gesagt, ein kleines Projekt macht, dann braucht es auch noch mal im Unternehmen, bis das sich weiterentwickelt, das, was wir da auch so angetriggert haben. Aber generell schon eher länger. Also es sind schon, gerade wenn es um Entwicklungen geht, also richtig Softwareentwicklung, das dauert einfach auch. Also es ist immer so die, wir machen mal eine App, aber eine App, mit die zum Beispiel richtig angebunden werden muss, um Daten aus anderen Systemen zu holen, dauert einfach. Das braucht Zeit. Und ja, insofern auch eher längerfristig. Okay. Und jetzt mal jenseits der einzelnen Projekte nochmal so ein bisschen die Makrosicht von dir, Kai. Ihr werdet ja irgendwas besser gemacht haben als andere, dadurch, dass ihr jetzt da steht, wo ihr steht und andere sind im Laufe der Zeit verschwunden. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, es zieht sich jetzt schon die ganzen Jahre durch, das ist irgendwie was, was wir besser gemacht haben als andere. Deswegen sind wir so gewachsen, groß geworden, stark geworden? Ich glaube, in der DNA der Firma ist eine gewisse, von Anfang an eine Zuverlässigkeit, Dinge, die ich berate, die ich kreiere, wirklich auch umsetzen zu können und dafür zu stehen. Also das war schon immer sehr wichtig für uns. Wir haben Kreative, wir haben aber auch Techniker, die zum Schluss dann das wirklich auch umsetzen können, betreiben können, dafür sorgen, dass es wirklich auch läuft. Und dieser Schulterschluss, der ist, glaube ich, ganz tief in der DNA der Firma drin, sollte es übrigens in jeder Digitalfirma sein. Ich glaube, das haben wir von Anfang an wirklich sehr ernst genommen, dass wir zum Schluss Dinge auch end-to-end wirklich liefern können, dass wir lieferfähig sind. Es gibt Unternehmen, die beraten nur, welche Technikfirmen. Wir sind genau dazwischen und das ist immer noch ein Credo auch. Das zieht sich bis heute in die Aufstellung der Firma. Wir haben wirklich Themen, sage ich mal, Neudeutsch Experience, alles das, was Kreation ist, aber auch was aus dem UX-UI-Umfeld kommt, mit Technik miteinander verbindet, zusammen in Teams aufsetzt. Das war schon immer extrem wichtig. Und das Thema, vorhin angesprochen, wir haben früh den Schiff geschafft, uns zu professionalisieren. Also das Thema Qualitätsmanagement, wirklich von der Old Economy zu lernen und solche Dinge auch bei uns in die neuen Themen mit zu integrieren, war enorm wichtig, um dann auch über bestimmte Krisen dann auch zu kommen. Und vielleicht der letzte Punkt dazu, wir haben uns auch immer sehr breit aufgestellt. Wir haben von der öffentlichen Hand bis zum Privatunternehmen immer so einen schönen Mix gehabt, der uns dann übrigens auch gut durch bestimmte Krisen gebracht hat. Also mal 2009 war mal eine Krise, dann die eine Branche geht runter, dafür auf der anderen Seite haben wir Konjunkturpakete der öffentlichen Hand, wo wir dann ein bisschen mehr gemacht haben und so weiter. Also diese Diversifizierung auch in den Industrien war für uns schon immer extrem wichtig und hat uns dann an bestimmten Phasen dann auch geholfen, um mal das nächste Level zu erreichen. Kann man denn sagen, dass einer der beiden Bereiche, wenn ich jetzt mal den Cut mach zwischen Beratung und Umsetzung, deutlich rentabler ist als der andere? Das kann man so gar nicht sagen, weil wir eigentlich das, ich überlege gerade, habe ich dann irgendwie sofort drei Zahlen parat, nee, weil wir diese Projekte gar nicht mehr so auseinander dividieren. Also wir haben Projekte, idealerweise, und das ist zum Großteil der Projekte so, ist zwischen Beratung und Umsetzung, ist weder zeitlich noch örtlich, noch von Teams her, gibt es da Barrieren oder Unterschiede, weil das Team ist eins, die machen Sprints, die dauern zwei Wochen, zwei Monate und so weiter, bis sie was liefern und das liefert man zusammen, sodass wir dieses gar nicht auseinander dividieren. Zum Schluss geht es darum, Kunde glücklich, Projekt profitabel und Mitarbeiter happy. Das sind so ganz einfache Parameter und dieses Auseinandersplitten zwischen Beratung und dann gibt man es über einen Zaun rüber und irgendeiner, der im Maschinenraum sitzt oder im dunklen Keller, muss das umsetzen. Das ist eine Horrorvorstellung, ich glaube, nicht mehr zeitgemäß. Was war denn mal ein richtiger Fail in den letzten 25 Jahren? Ein Projekt, was komplett an die Wand gefahren ist? Das ist so lange her, dass es keiner mehr zauert ist. Das ist eine interessante Frage. Wir haben, ja, natürlich sind immer wieder Fails dabei, ist völlig klar. Also ich erinnere mich an ein Projekt aus dem Handelsbereich, so um die New Economy rum, New Economy Crash rum, so 2001, ist genau das. Wir waren gnadenlos überfordert mit dieser Art von Projekten. Dann wirklich komplexe E-Commerce-Systeme aufzubauen, EAP-Anbindungen aufzubauen und so weiter. Alles das, was heute vielleicht machbar ist, war für uns damals eine komplette Überforderung, mit solchen Unternehmen zusammen solche Prozesse zu gestalten und Prozesse auch technisch zu integrieren, an Logistiksysteme anzubinden und so weiter. Heute würde man sagen, Standard. Zu der Zeit hätte man uns, das muss man ganz ehrlich sagen, das Projekt wahrscheinlich nicht geben dürfen. Aber in der Branche haben das auch andere gemacht. Wir haben alle unsere blutige Nase abgeholt, haben daraus gelernt. Die, die nicht gelernt haben, sind nicht mehr am Markt. Ich glaube, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen. Ich nehme an, dass ihr wahrscheinlich mehr wisst, als wir alle anderen, wohin die Reise geht bei der Digitalisierung, weil ihr jetzt schon an Projekten dran seid, die wahrscheinlich noch in der Schublade sind und erst in den nächsten Jahren entstehen, so wie du vorhin schon meintest, dass bis in zehn Jahren da irgendwie die Beschäftigungsquote deutlich abnimmt bei der öffentlichen Hand. Gibt es denn bestimmte Sachen, wo ihr sagt, also wenn ich mir jetzt mein Leben in zehn Jahren vorstelle, was sind so die einschneidendsten Änderungen, mit denen ich vielleicht noch gar nicht rechne? In welchen Bereichen Sachen digital stattfinden, die heutzutage noch eher analog sind? Ich sage ganz spontan, was ich in zehn Jahren haben will. Ich will ein digitales Bürgeramt haben. Ich möchte mich nicht mehr irgendwo anstellen, ich möchte keine Nummer ziehen. Ich möchte das online machen und nicht bloß ein Wunschkennzeichen oder einen Mülltonnenkalender haben. Das soll schon deutlich weitergehen. Muss das erst in zehn Jahren sein? Nee, also in vier, fünf Jahren wäre schon toll. Bundestagswahl dann auch? Digital? Oder geht man da noch zur Urne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich gar nicht darauf antworten, weil da bin ich auch nicht der Expert Richtung Datenschutz, was da alles schiefgehen kann und so weiter. Wenn ich mir gerade angucke, was in Amerika läuft, will ich da eigentlich nicht mal so salopp sagen, klar, digitalisieren wir das. Nee, da sollten die Leute was zu sagen, die davon was verstehen. Dann an dich die gleiche Frage nochmal. Also ich glaube, ich wäre super glücklich, wenn wir das Thema Bildung mal digitalisiert kriegen. Also da glaube ich auch erst dran, wenn ich es in zehn Jahren erlebe, weil das ist trotz, muss man wirklich sagen, trotz der jetzigen Situation noch genauso zäh. Und ich habe mich lange mit zwischen Bildung und Gesundheit nicht entscheiden können. und ich bin, dachte ich bin alt genug, um genug Geduld zu haben, aber ich habe mich dann doch für das schnellere Thema entschieden. Insofern, da würde ich mich wirklich freuen, wenn ich das noch erlebe, dass das digital, also integrativ würde ich sagen. Ich würde es nicht digital nennen, weil ich glaube, wir shiften auch so ein bisschen weg von diesem Digitalisierung. Es geht eher darum, dass der digitale Anteil normaler Anteil unseres Lebens wird und wir ihn gar nicht mehr so merken. Das ist nicht mehr dieses, das alles wird jetzt digital, sondern es wird smart und das integriert sich in unseren normalen Kontext rein. Das wäre toll. Dann kommen wir jetzt noch auf unser Fokusthema für heute zu sprechen, nämlich das Gesundheitswesen. Dein Steckenpferd, den Bereich leitest du ja bei Aperto. Kannst du uns da vielleicht mal ein paar Projekte schildern, damit wir besser verstehen können, was ihr da genau macht? Ja, also da Gesundheitsbranche ist natürlich auch eben auch hochreguliert. Also da mussten wir auch erst mal lernen, was bedeutet das? Deswegen auch die Spezialisierung. Natürlich muss man immer gerade als Agentur diese Balance hinkriegen, dass man naiv genug ist, um auch aus anderen Branchen gute Ideen da reinzubringen, aber trotzdem so viel Ahnung hat, dass man nicht in jedes Fettnäpfchen trifft und ernst genommen wird. Und das ist natürlich jetzt dadurch, dass IBM da auch technologisch und auch von den Sicherheitsanforderungen da in einem ähnlichen Kontext unterwegs ist, das in anderen Ländern ja auch schon bewiesen hat, dass sie da lange schon einen großen Footprint haben und jetzt in den letzten Jahren eben angefangen hat, auch Großprojekte in dem Bereich zu übernehmen, ist das für uns natürlich toll, wenn wir da ein Teil von sind. Also es ist einmal die elektronische Gesundheitsakte, die umgesetzt wird von IBM. Viele wissen das, dass der zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse das, was dahinter steckt an Technologie ist IBM. Also ich als Bürger mache den Vertrag für die Datenhaltung mit der IBM und nicht mit der Techniker, weil Versicherer eben nicht Zugriff auf die Daten haben sollen. Genauso gibt es jetzt eben den Auftrag für das E-Rezept. Also große Projekte, vor allen Dingen der Vernetzung, weil das ist das Problem. Das ist schön, kleine Leuchttürme zu haben hier und da. Aber wenn wir wirklich sagen wollen, wir wollen alles digital haben, wir wollen zum Arzt gehen, dann in die Apotheke, dann ins Krankenhaus und vielleicht auch noch die Pflege der Eltern organisieren, dann muss das natürlich irgendwie miteinander verbunden sein. Und gewachsenerweise ist das deutsche Gesundheitssystem nicht gut verbunden. Es gibt die einzelnen Sektoren, wie man sagt, und die sind eben nicht sehr gut vernetzt. Und das ist die große Aufgabe und ich glaube, das können auch nur große. Und was wir machen, ist dann natürlich zu gucken, wie sieht das Ganze dann an der Schnittstelle des Benutzers aus. Also was sind auch für Services, die man dann da draufsetzen kann, wie zum Beispiel Präventions-Services für Schlaganfall oder auch für Ärzte, dass man gucken kann, wie kann man schneller Behandlungsentscheidungen treffen, weil man die Daten dann eben schneller zur Verfügung hat und so aufbereitet, dass man halt auch vernünftige Entscheidungen treffen kann. Wie schätzt du denn das Thema Corona-App ein, wo ja teilweise, also viele haben gefeiert, dass es eben so wenig, dass so wenig Daten da abgegriffen werden. Andere eher so aus der Digitalbranche sagen, was für verpasste Chancen, dass da nicht mehr mehr mitgespeichert wird. Wie würdest du das sehen als eine Expertin aus dem Bereich? Also ich glaube, man muss einfach und das finde ich gut, dass man einfach mal gemacht hat so. Also das haben wir nicht so häufig und das finde ich gerade ganz toll, dass an vielen Stellen einfach was losgetreten wird und ob das gut oder schlecht ist, kann man ja erst hinterher beurteilen und wenn man es aber gar nicht macht, kann man nie daraus lernen und deswegen würde ich jetzt auch nicht, also da gibt es viel, was man besser machen kann, aber man kann auch viel schlechter machen und ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwo anfängt und dann einfach sukzessive weiterentwickelt. Ich glaube, diese Idee, man macht was und das ist dann perfekt, da ist man dann sehr wenig nachhaltig. Also es geht ja darum, zu machen, zu versuchen, auszuprobieren, zu scheitern, geschickt zu scheitern, sodass man daraus lernt und sich dann weiterzuentwickeln und ich finde es super, dass einfach was passiert. Ganz egal, ob das jetzt der erste Schlag gut ist, es passiert. Wie sorgt ihr eigentlich dafür, Kai, habt ihr eigentlich Kontakt zu Startups oder jungen Unternehmen, damit ihr nicht irgendwann auch einrostet? Also ich komme nur gerade drauf, weil bei Corona gab es ja auch dieses Beispiel, weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, irgendwie der Vergleich, Deutschland, da wird es irgendwie, ich glaube, von SAP und Telekom gemacht und es gab irgendwie ein Update am Anfang und in anderen Ländern machen das junge Unternehmen mit irgendwie täglichen Updates so ungefähr, um ein bisschen zu zeigen, okay, da passiert einfach mehr. Denkt nur, ihr werdet ja langsam auch zum Tanker, eigentlich mit der Mitarbeiterzahl. Wie haltet ihr euch denn jung und unverbraucht? Naja, es sind ja verschiedene Ebenen. Das eine ist, wir sind natürlich immer in dieses IBM-Netzwerk eingebunden, wo man durchaus auch unterstellen kann, dass sie auch jung und agier sind, auch wenn sie irgendwie schon über 100 Jahre am Markt sind, haben entsprechende Formate, wo sie dann auch mit Startups zusammenarbeiten. Manchmal kaufen sie sie sogar, wie uns, so weit geht es dann, die Kooperation. Wir sind, glaube ich, auf zwei Ebenen. Das eine ist, unsere Mitarbeiter, wir leben ja nicht in unserer Bubble, dort mitten in Berlin. A sind unsere Mitarbeiter, glaube ich, sehr stark eingebunden in die Community, auch in die Startup-Community. Es gibt auch einen regen Hin- und Herfluss an Mitarbeitern, das kann man sich auch vorstellen. Wir hosten Formate wie die Product Hunt oder Fuck-up-Nights und ähnliche Formate auch bei uns, damit wir einfach eine offene Tür haben, auch für Ideen, für Mitarbeiter und die Vernetzung dann auch in die Richtung. Und natürlich haben wir regelmäßig bei uns auch Firmen, mit denen, die wir uns anschauen, kleinere Firmen, die natürlich auch, das ist eine Win-Win-Situation, mit uns kooperieren wollen, mit ihren vielleicht dann etwas spitzeren Dienstleistungen, wo wir sagen, das lohnt sich für uns nicht, da sind wir zu spät dran oder das haben wir nicht so oft dann auch in Projektsituationen, mit denen kooperieren wir dann entsprechend auch. Also auf verschiedensten Ebenen gibt es dann natürlich einen Austausch, das ist cool an Berlin, wir sind mittendrin in Berlin-Mitte und wenn ich einen Umkreis von zwei Kilometer rumlaufe, habe ich die halbe Startup-Szene dann auch schon einmal abgegangen. Also sind wir doch, glaube ich, da mittendrin und auch gut eingebunden. Aber umgekehrt, so wie ihr gekauft wurdet, habt ihr, euer Weg war immer organisches Wachstum, ohne dass ihr Firmen dazugekauft hattet? Ne, wir haben auch Firmen gekauft. Also die besagte Mobile-Firma haben wir gekauft. Dann haben wir 2009 eine klassische Werbeagentur, eine Kreativagentur gekauft, die Plantage, eine strategische Markenberatungsagentur gekauft, Green Kern. Das ist jetzt mittlerweile auch schon elf Jahre her. Und also wir haben uns auch anorganisch dann verstärkt. Nochmal kurz der Reminder an unsere Zuschauer zu Hause. Wir sind bald bereit für eure Fragen. Wenn es da noch letzte Kommentare, Wünsche, Nachfragen an die Experten gibt, dann beeilt euch, bevor es zu spät ist. Nochmal kurz zurück. Ich denke zum Gesundheitsthema, aber vielleicht ist es auch was anderes. Ich habe mich gefragt, arbeitet ihr manchmal an Sachen, wo ihr selber dann abends denkt, das ist kein schlechtes Projekt, aber das könnte zumindest auch mal in eine falsche Richtung laufen. Also es ist eine Ambi, weil wir bauen da was auf, was potenziell auch Gefahr bedeutet. Ja, ich glaube, das ist immer, wenn man mit neuen Sachen zu tun hat, kann das in viele Richtungen gehen. Und ich finde jetzt zum Beispiel gerade das Thema, weil du das auch angesprochen hattest, mit der Corona-App, also die Daten in der Gesundheitswelt ist ein Riesenthema. Ich finde wichtig, also was mich immer sehr beeindruckt hat, dass Chroniker tatsächlich oft sagen, es müsste auch ein Recht auf Datennutzung geben, nicht nur ein Schutz vor Datennutzung. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, tatsächlich Daten nutzbar zu machen, aber eben so transparent, dass das auch jeder versteht. Und das ist natürlich ein schmaler Grad. Also ich möchte nicht abgehängt werden. Ich möchte auch nicht, dass unsere Forschungseinrichtungen darauf angewiesen sind, Daten von großen Unternehmen kaufen zu müssen, sondern ich möchte schon, dass unsere Forschung unabhängig bleibt. Dafür braucht sie Zugriff auf Gesundheitsdaten. Aber ich möchte auch, dass jeder versteht, was er da tut und wo die Grenzen sind. Und ich glaube, wir müssen rechtzeitig anfangen, diese Diskussionen zu führen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen das, wo ich denke, wann ist der Zeitpunkt, wo man sagt, gerade wenn es darum geht, wir können mittlerweile bestimmte Krankheiten vorhersagen. Möchte man das? Wann, wo ist der Punkt, wo man sagt, nee, das möchte man nicht. Jetzt kriegen wir einen Impfstoff, der auf RNA basiert. Also das sind so Sachen, da ist wichtig, dass man die richtigen Fragen stellt, damit man auch zur richtigen Zeit sagen kann, ja, hier stoppen wir auch die Experimente mal. Und ich glaube, da ist es aber wichtig, also zu sagen, da mache ich jetzt nicht, ist nicht der richtige Weg, sondern wenn, dann richtig machen. Ja, also ich glaube, wir können das nicht verhindern, das ist auch blöd. Aber zu sagen, dann möchte ich gerne mitmachen, damit ich auch dafür sorgen kann, dass es gut wird. So. Klingt ein bisschen einfach, aber das ist immer so meine Intention gewesen. Seid ihr denn zufrieden damit, wie die Bundesregierung mit dem Thema Digitalisierung umgeht? Oder wünscht ihr euch da, wir haben ja da Doro Bär zum Beispiel als Beauftragte, seht ihr das organisatorisch gut gelöst oder wünscht ihr euch da eine andere Aufstellung? Ich kann das jetzt gerade nicht trennen, was Politik ist und was Situation ist. Im Moment bin ich geradezu geflasht, dass wir von einem Gesetz nach dem anderen im Gesundheitsbereich überrollt werden. Ich finde das total richtig, wir haben da viel aufzuholen. Ich finde es auch gut, mal drei Meter zu weit zu gehen, um dann vielleicht auch zwei Schritte zurückzurudern, weil sonst kommt man ja einfach nicht weiter. Und deswegen dieses Mal machen und diese Räume aufmachen, um Dinge auszuprobieren. Wie gesagt, diese digitalen Gesundheitswendungen, wo Deutschland ja wirklich vorgeprescht ist, das ist, ich glaube, das ist super einfach, und auch wenn das nicht alles perfekt ist, da mal zurückzugehen. Deswegen, ich weiß nicht, ob man sich da anders aufstellen. Im Moment bin ich total froh, dass da jemand mutig ist. Finde ich super. Und es ist auch gut, dass jemand anders dann Bedenkenträger ist, damit wir eine Diskussion haben. Ich glaube, das ist immer wertvoll. Ich darf vielleicht noch mal was hinzufügen darf. Ich glaube, wir haben ja auch sehr starke föderale Strukturen. Wenn man sich anguckt, Themen, über die wir reden, Bildung zum Beispiel, oder digitale Bürgerservices, die man vom Staat erwartet. Wo passieren die dann? Die passieren dann nicht auf bundesministerieller Ebene, die passieren noch nicht auf Landesebene, die passieren dann eben auf kommunaler Ebene. Und wenn wir dann einen Bundesbeauftragten haben, ist das einer. Aber wie kriegen wir das durchgängig wirklich auf die kommunale Ebene runter? Wie kriegen wir das dann auch in die Landkreise rein, die dann zum Thema Bildung und Schulämter und so weiter da eigentlich am Hebel sitzen? Ich glaube, diese Durchgängigkeit dann zu schaffen in dem föderalen System und sich dann auch zu einigen, nicht nur die Bundesländer, sondern dann wirklich Kommunen zusammenzufassen, dass sie dann diese Services bereitstellen können. Es bringt überhaupt nichts, wenn jeder da seine Suppe kocht. Denn die Digitalisierung, die hört ja nicht auf an irgendwelchen kommunalen Grenzen oder Ländergrenzen. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Luft, dass man diese Klammerfunktionen schafft, dass man zwar ein Bekenntnis hat auf Bundesebene, aber das dann wirklich bis auf die kommunale Ebene runterbringt. Und dann gibt es Themen wie kann man zentral dann auch sicher Daten hosten, wie kann man damit umgehen und so weiter. Das können wir nicht in die Hand von Kommunen geben. Da muss Infrastruktur erschaffen werden, die dann auch von allen genutzt werden kann. Dann aber auch dezentralisiert. Also das Thema Plattformen schaffen, Services dann drauf bauen. Das ist genau die Idee eigentlich eines Ökosystems, eines offenen Ökosystems. Ich glaube, was da total wichtig ist, dass man gute Standards hat. Also ich möchte niemanden, ich würde das gar nicht von oben herab regulieren, aber wir brauchen halt klare Prinzipien, klare Regeln, klare Standards, damit dann viel möglich ist innerhalb dieser Standards. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen was, wo wir echt noch ein bisschen nachbessern müssen. Wenn ich als Thriller-Autor was schreiben möchte zum Thema so Digitalisierung, gone bad, irgendwas passiert, irgendwas läuft falsch und es entsteht eine große Katastrophe. Was würdet ihr schätzen, in welchem Bereich wäre das am wahrscheinlichsten, dass irgendwas aus dem Ruder läuft und man kann sich wirklich vorstellen, dass da das große Chaos entsteht? Du hast mich vorhin nach der Wahl gefragt. Also ich bin ganz froh, dass die Wahl nicht komplett in irgendeiner Blackbox, Datensilo-mäßig in Amerika ablief und wer weiß, was da passiert wäre. Also das wäre jetzt so mal tagesaktuell, tagesaktuell politisch wäre das schon ein schwerer Schlag gewesen, wenn das dann entsprechend dort beeinflussbar wäre. Das hätten wir uns, glaube ich, nicht alle ausmalen wollen. Ich weiß gar nicht, kann man sich überall vorstellen und je besser Dinge verteilt werden und je mehr Leute daran beteiligt sind, desto weniger groß ist die Gefahr, würde ich sagen. Aber ich kann mir das in so vielen Bereichen vorstellen. Ich glaube, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Würdet ihr denn bei so einem Thema wie Algorithmus, würdet ihr sagen, Facebook-Algorithmus sollte public sein, was ja manche Leute fordern? Oder sagt ihr, das ist deren Recht, die sind ein privates Unternehmen, die haben das erfunden, die dürfen den selber verwalten? Das hängt auch davon ab, welches Einverständnis sie haben mit dem Umgang der Nutzung der Daten über ihre Nutzer. Und ich finde, da fängt es eigentlich an mit dem Thema Einbinden der Nutzer, klare Transparenz. Ich kann da jetzt kein Urteil erlauben. Ich finde schon, wie der Umgang mit Daten kommuniziert wird, wie einfach wird er kommuniziert, wie transparent, wie klar wird er kommuniziert. Das ist erstmal die Grundbedingung, dass jeder Mensch überhaupt, jeder Nutzer dann in die Lage versetzt wird, überhaupt einschätzen zu können, was passiert mit den Daten, was ist dahinter und dass ich ein Pro und Con mir selber auch bilden kann. Und da fängt es, glaube ich, an, das anständig zu kommunizieren und zu formulieren, dass wirklich jeder, und da muss ich nicht jetzt irgendwie ein Jurastudium kombiniert mit einem IT-Studium absolviert haben, damit dann umgehen kann und selber sich ein Bild machen kann. Ja, ich glaube, das ist, also da sind wir auch wieder beim Thema Bildung. Ich glaube, diese Digitalkompetenz ist halt wirklich auch was, was da für eine Voraussetzung ist, also neben der Transparenz der Unternehmen, die wir einfach brauchen und auch für Gesundheit genauso. Es ist halt die Voraussetzung, partizipativ zu sein und damit auch demokratisch. Dann kommen wir jetzt zu den mehrfach angekündigten Zuschauerfragen, die mir mittlerweile gereicht wurden. Ich beginne mal mit der ersten. Inwieweit ist die Nachfrage nach Mobile Office seit Pandemiebeginn seitens Unternehmen gestiegen, die sich bislang fast gar nicht mit Digitalisierung beschäftigt haben? Und was sind die größten Herausforderungen für die Unternehmen dabei? Also, Katina hat ja schon am Anfang gesagt, was wir da auch zu kämpfen hatten, nicht nur bei uns, bei uns hat das einen halben Tag gedauert. Da waren wir Mobile Office fähig, weil wir es eh schon immer gelebt haben. Dann haben wir drei VPN-Clients gefehlt und dann lief das. Wir haben es natürlich beim Kunden ganz klar gemerkt. Woran hapert es dann? Teilweise an den banalsten Sachen. Laptops, VPN-Zugänge, in irgendeiner Form simpelste infrastrukturelle Themen sind keine riesigen Herausforderungen, klingt jetzt auch ein bisschen einfach, aber da fängt man dann teilweise auch an in den Unternehmen. Ja, und was wir gemerkt haben, ist tatsächlich irgendwie die Zeit, wie organisiert man es? Und da haben wir jetzt auch schon überlegt, wie kann man das halt nach Corona-Zeiten auch organisieren? Wie viel Präsenz brauchen wir, um auch Gemeinsamkeit zu schaffen, um gemeinsam arbeiten zu können? Gerade Kreativarbeit ist irgendwie remote doch überschaubar. und wie viel Flexibilität braucht man? Also auch, was sind Office-Zeiten? Auf wie viele Kanälen darf ich bis wann erreichbar sein? Wie kriege ich das mit Familie? Ich glaube, das sind aber die Themen, mit denen jeder irgendwie gerade challenged. Also das müsst ihr euch quasi auch einfach innerhalb eures Unternehmen... Ja, natürlich, klar, also ja. In die Richtung geht auch die zweite Frage. Wie können wir Homeoffice etablieren und trotzdem gut funktionierende und gut interagierende Teams sicherstellen? Geht ja in die Richtung von dem, was du gerade gesagt hast. Genau, also wir haben das jetzt zu Zeiten gemacht, wo wir teilweise mit Anmeldungen in sehr kleinen Gruppen haben wir uns dann regelmäßig ab und zu mal im Garten oder im Hof, Gott sei Dank, bei uns getroffen. Also ich denke, dass man dezidierte, punktuelle, gemeinsame Phasen braucht. Und dann gibt es Phasen, wo man viel produktiver ist, wenn man für sich arbeitet. Und ich glaube, dieses... Da muss man auch, wie mit allem, ausprobieren und dann das angucken, was läuft gut, was läuft nicht gut, anpassen. Ich glaube aber, dieses Feld aufzumachen, dass das möglich ist und dass man ausprobiert, wie mit allem. Und dann, was wir jetzt erlebt haben, in Bezug auf Reduktion der Geschäftsreisen etc. Glaubt ihr, das ist wirklich was, was jetzt ab heute einfach sich stark reduziert oder wird nach Pandemie geht die Kurve wieder hoch? Ich weiß, ich habe jetzt auch keine Glaskugel hier, aber ich würde schon sagen, also von meinem persönlichen Empfinden, das wird nicht mehr wie vorher. Also man hat jetzt wirklich im Crashkurs gemerkt, wie viel lässt sich dann wirklich, was vorher unmöglich war, wie viel lässt sich dann wirklich per Remote machen? Aber, nochmal zurück zu Katina, ich glaube nicht alles. Ich glaube, wir werden in jeder Form so ein Hybridmodell haben. Anwesenheit, Abwesenheit, auch Kundenbesuche, Nicht-Kundenbesuche. Es ist keine Frage, gehen wir jetzt in Zukunft alle ins Homeoffice oder gehen wir alle ins Büro? Die Frage ist eher, ist es 50, 50, 40, 60, wie auch immer? Und da sind die Anlässe dann die wichtigen. Welche Anlässe habe ich, um was zu kreieren, über was nachzudenken? In Teamarbeit, diese Anlässe bewusst schaffen, weil es ist ja auch ein Teil der Kultur, dass wir uns mal wieder sehen und auch mal wieder interagieren und danach vielleicht auch mal ein Bier zusammen trinken. Das fehlt natürlich. Auf der anderen Seite aber auch mal diese Ruhe. Ich glaube, wir haben auch gemerkt, wofür brauchen wir eigentlich auch diese Ruhe-Ecken, auch physisch mal Dinge zu tun und nachzudenken und so weiter. Also es wird in jeder Form, glaube ich, ein Hybridmodell. Zu deiner Frage zurück, landen wir da, wo wir vorher waren? Ich glaube, so schnell nicht. Wir haben uns doch an vielen Sachen schnell dran gewöhnt. Und manche Sachen, muss man mal ehrlich sagen, waren ja auch ein bisschen übertrieben. Und irgendeiner musste uns dann auch mal da rausholen. Wieso muss man für einen Termin, der ein, zwei Stunden geht, den ganzen Tag unterwegs sein mit 18 Verkehrsmitteln und zum Schluss noch einen wahnwitzigen CO2-Footprint in die Welt setzen? Das muss auch nicht wiederkommen. Das muss nicht wiederkommen, aber ich bin da ein bisschen skeptischer. Ich glaube leider, dass es erst mal wieder total normal wird. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir jetzt überlegen, dass man da so ein bisschen auch das eigene Gewissen mit einbaut und sagt, doch, lass uns doch bei jedem mal überlegen. Weil ich glaube, der Drang, dass es irgendwie schneller wieder in die alte Gewohnheit kommt, ist groß. Dann kommen wir als Letztes noch zu unserer letzten Zuschauerfrage. Ein bisschen Wunschkonzert für euch beide. Was sind generell Themen, mit denen Sie sich als Unternehmen künftig gerne auseinandersetzen möchten? Was ihr vielleicht jetzt noch nicht habt, wo ihr denkt, wieso kommt aus dem Bereich eigentlich nie eine Anfrage? Noch zusätzliche oder grundsätzlich? Zusätzlich zu den Sachen, die ihr eh schon irgendwie alle macht. Ja, ich muss sagen, es gibt ein Thema. Das ist jetzt auch schon in aller Munde AI, also Artificial Intelligence. Wahnsinniges Potenzial als Technologie. Gerade IBM mit Watson hat einen wahnsinnigen Technologievorsprung auch am Markt. Was wir unheimlich gerne machen würden, und das gibt es viel zu wenig am Markt. Und das betrifft nicht nur uns, sondern das geht querbeet. Alle reden drüber, aber wo sind denn die richtig coolen und wirklich wichtigen AI-Anwendungen für uns alle, die wirklich in der Fläche, also weg von einem kleinen Spiel, vom Sandkasten, die aus der Sandbox rauskommen, wo man sagt, das ist wirklich eine coole Anwendung, die bringt irgendwas, die hat wirklich Impact auf, ich will nicht gleich sagen, auf unsere ganze Gesellschaft, aber zumindest auf Teilbereiche unseres Lebens. Das suchen wir zum Teil noch, zum Teil gerade im Gesundheitswesen haben wir da schon die ersten Anwendungen gemacht. Aber ich glaube, dass ein Unverhältnis steht zwischen eigentlich der Technologie, des Technologiepotenzials und der Anwendung, die darauf eigentlich laufen können. Ich will einfach nur noch viel mehr von dem machen, was ich gerade schon mache. Das ist so spannend, da sind noch so viele Möglichkeiten und Bereich Pflege, der noch wenig berührt ist und Krankenhäuser. Also da glaube ich, bin ich auf jeden Fall die nächsten Jahre noch mit beschäftigt. Brauchst keine neuen Bereiche. Okay, dann freuen wir uns als erstes mal, dass wir ab Januar, nicht mehr jedes Mal, wenn wir beim Arzt sind, irgendwelche Fragebögen zum hundertsten Mal ausfüllen müssen, sondern das ist dann gespeichert, wie ich es verstehe, wenn ich zustimme. Jeder hat das Recht, ja genau, jeder darf entscheiden, aber die Möglichkeit soll es geben. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Kai Großmann und bei Katina Soßmann für diesen sehr interessanten Einblick in die Digitalbranche und in die Arbeit einer Digitalagentur. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren hier beim Medianet Fireside Chat. Wir bedanken uns bei Alex für die tolle Location, in der wir heute sein durften und bedanken uns auch bei unserem Unterstützer, dem Cluster IKT Medien und Kreativwirtschaft der Länder Berlin und Brandenburg. Als letztes bleibt mir noch kurz darauf hinzuweisen, dass der nächste Fireside Chat am 14. Dezember stattfindet. Dann zum Thema Future Jobs and Skills, Fachkräfte und Weiterbildung in Berlin. Wieder um 17 Uhr, 14.12. Schön war es. Vielen Dank an euch. Einen schönen guten Abend. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020